So Freunde, Willkommen zu diesem Video. Wir werden uns den Krieg im Review anschauen. Das ist der Rush-Krieg gegen Eid Hidbert. So, das ist natürlich eine Allianz, die über unserer Stärke liegt, sowohl wahrscheinlich spielverständnismäßig als auch finanziell. Und dementsprechend waren wir halt von Anfang an Außenseiter Eid Hidbert in der Top Ten Allianz und natürlich versucht das Beste auszumachen. Und wir fangen einmal an. Team Mews, MyLady, Nautica, Ludwig und Citrusholz ist natürlich eine ganz nette Angelegenheit. Man sieht auch, es war relativ viel Nautica und auch Grimmstahl. Gucken, ich weiß gar nicht mehr, welche Tanks ich da alles angegriffen habe. Aber naja. So, wir brauchen sechs Grüne. Schauen wir mal, wie ich mir die zusammenbastle. Wir haben halt hier die Option, hier grün zu spielen. Wir haben hier blau. Wir haben hier grün, was in vier blaue gehen würde. Gegebenenfalls ein gelbes Match. Wir können hier die lilanen machen, entweder zu viert oder zu dritt, damit das hochrutscht. Genau. Ich habe mich aber für den Move entschieden mit den vier blauen tatsächlich. So, und dann geht es halt weiter. Im Endeffekt, ich weiß nicht, ob ich es mache, aber wir sehen jetzt halt hier das Grüne Match. Ja. Wenn ich hier die Bombe danach mache, rutschen die zusammen und wir haben noch den hier. Dann hätten wir das zweite Grüne Match. Ob ich das mache, wie ich das mache, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich auch die Bombe. Sofort. Okay, ich mache das so. Jetzt habe ich meine Matches genau hier und dann hier das Dreier Match. Blöd ist natürlich. Nautica hat halt einmal ausgelöst. Das ist halt das, was du nicht unbedingt willst. Da hatte ich halt Glück gehabt, dass da so viel nachkommt. Und natürlich dann auch in blau, wobei jetzt halt das Problem war, sie löst aus. Aber wir haben den Vorteil, dass wir Evelyn haben. Und durch ihren Kostüm-Bonus kann sie halt clean. Und das ist ganz praktisch, sodass wir jetzt hier nach unseren Kampus anmachen können. So. Ludwig hat den Attack abgekriegt, weil halt Evelyn nicht von sich oder für sich gecleant hat. Warum auch immer für die anderen? Ja, für sich nicht. Keine Ahnung. Will ich jetzt auch gar nicht hinterfragen, wenn ich ehrlich bin. Und dann sah es eigentlich ganz gut aus. Ne. Titus Holz. Sehr schön. Gut gemacht. So. Und Krampus war weg. Ist aber nicht schlimm. Ne. Extra auch Krampus an die Seite gestellt für Timius und den dicken Elkan daneben. Ne. Damit der dann auch möglichst viel aushält. Jetzt habe ich mir halt gedacht, so. Jetzt wird es halt aber auch langsam Zeit. Ne. Weil Ludwig da gleich wieder auslöst. Und Timius mir da hinten halt auch auf den Keks geht. Ja. Und Zitrus Holz ist natürlich unangenehm, je mehr Mana wir kriegen. Ne. So. Eher müssen wir halt schauen, dass wir das alles dispellen können. So. Und da habe ich mir gedacht, nochmal direkt Vivica anmachen, um den Mana-Boost von Zitrus Holz zu dispellen. Ne. Da habe ich das in Kauf genommen, dass ich nicht mit den Gelben auf Timius hier in der Situation gegangen bin. Warte. Hier. Ich hatte ja hier die Option, nachdem ich jetzt geheilt habe. Ja. Jetzt habe ich zu schnell gemacht. Hier. Hätte ich die Gelben gespielt. Er hat ja nicht mehr viel. Er wäre dann gestorben. Aber ich habe mich halt für das Ghosten entschieden, weil Zitrus Holz halt den Mana-Boost hat. Ne. So. Ja. Da habe ich nicht drauf geachtet. Das war dann blöd in dem Fall. Aber der Attackdown war ja weg. So. Na also, den musste ich jetzt nicht clean. Und die beiden machen halt auch guten Schaden alleine. Wenn Vivica, äh, wenn Evelyn mal nicht da ist. Ja. Und dann habe ich, war es 4 gegen 1. Da habe ich mir schon gedacht, okay, hier muss er jetzt echt mit dem Teufel zugehen, wenn du das noch, das noch verlierst. Dann, ja. Haben wir es geschafft. Eigentlich ganz solide. Okay. Das war Angriff Nummer 1. Gehen wir weiter zu Angriff Nummer 2. Und, ähm, ja. Da haben wir 3 Gelbe gegen 3 Lilane. Den Strauchbären, falls Chang'e am Anfang auslöst. Blüte zum Dispeln von, ähm, Shah. Shah's Dodge. Und halt auch, äh, vom Spot von, äh, Horses. Ja. Leider habe ich nicht die passende Truppe für den Bären, aber ist auch so gar nicht mal so schlecht. So. Mit dem Startport sehen wir eigentlich schon, äh, der Tank wird auslösen. Ja. Das ist kein Geheimnis. Hast halt 5 Steine, die so verteilt sind, dass du die nicht zusammen kriegst. Ja. Die 4 hier oben, wie willst du die zusammen kriegen, ne. Das heißt, du musst irgendwie gucken, dass von unten irgendwas kommt. Das ist halt auch immer so eine Sache. So. Also erstmal, solange man, äh, den Strauchbären hat, gucken, dass man da rein spielt. Jetzt sehen wir natürlich hier, wir haben hier grün, dann hätten wir hier ein gelbes Match. Das mache ich auch in dem Fall. Und der Vorteil war, der Strauchbär hat sogar widerstanden, ne, als Mönch. Das heißt, er kann den Spot wieder machen. Das ist natürlich sehr gut. Jetzt haben wir aber halt wieder ein Problem. Wir haben halt immer noch kein Gelb. Und da sind wir jetzt halt auch schon an dem Punkt, wo es halt schon zu lange dauert. Ja. Wenn man nicht die perfekten Helden hat, die massiv aushalten können und alles andere, ist das jetzt halt schon der Zeitpunkt, wo man jetzt sagen kann, ist es zu spät. Weil Sha löst jetzt gleich aus. Wir haben da, äh, den, den Spotter. Wir haben Xi, die gleich auslöst. Aram ist auch nicht mehr weit entfernt. Und höchstwahrscheinlich aufgrund des Boards wird auch, auch Shang-He nochmal auslösen. Ne. Und das habe ich extra gemacht, weil, ähm, ich jetzt wusste, ich habe da noch Rot. Dementsprechend werde ich Blüte gleich auch nochmal ankriegen und kann dann den Dodge von allen wegnehmen. So. Das ist natürlich dann nicht mehr gut, so wie es läuft. Jetzt haben wir natürlich einen Spotter, der dodgen kann, ne. Das ist natürlich ganz klasse. Da kann man jetzt mal gucken, was der macht. Ja, boom. Und immer noch da. Da hat er zum Glück nicht gedodged. Da hat er zum Glück auch nicht. So, aber jetzt ist halt die Frage, ja, was, 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 was machen wir hier großartig? Ja, ähm, im Endeffekt kann man halt sagen, wir wurden halt von Shang-He alleine so zerstört, weil wenn der Tank halt so häufig auslösen darf, machst du halt nichts, ne. Wir haben jetzt nochmal den Luxus, dass wir einmal heilen dürfen. Natürlich massiver Heal, ne. Also da sind wir auch wieder am Start. Aber du kannst halt dann auch nicht mehr viel machen, wenn das halt dann so weitergeht, ne. Dann die Löse wieder aus. Wir haben jetzt zwei Dreier Matches, ja. Aber da kommt halt auch schon wieder schad, ne. Jetzt musste man halt wieder hoffen. Da hat der Dodge-Man nicht funktioniert, ne. Das war ganz gut. Aber das ist halt, also wie oft hat Shang-He jetzt ausgelöst? Sechs, sieben Mal. Ähm, ja, irgendwann ist dann halt auch mal Feierabend, ne. Irgendwann kannst du es halt nicht mehr, nicht mehr aushalten. Dann überlebt sie natürlich auch noch mit so einem kleinen Furz, ne. Das kommt natürlich auch noch dazu. Das ist dann auch wieder maximales Pech. Hätte ja auch mal sein können, dass sie dann dadurch stirbt. Ja, dann hätten wir wahrscheinlich das auch so überlebt, dass wir nochmal hätten Leo feuern können. So war es im Endeffekt, ähm, was soll ich sagen? Von Anfang an konnte man sich schon denken, das wird nix. Ja. Gut. Dann in den Clean reingegangen. Gegen Shang-He. Ich hab mir gedacht, nehme ich mehrere Farben mit. Ich nehme zwei, zwei, äh, gelbe mit. Ähm, hier muss ich tatsächlich sagen, das war, ähm, kurz, kurz nach dem Aufwachen, ja. Also, ähm, jetzt so rückwirkend betrachtet, ein Hachiko gegen Shang-He und gegen eine Xi mitzunehmen, eher fragwürdig, ja. Also, wenn da jetzt einer sagt, oh, was hast du denn da gemacht? Ja, gebe ich dir recht. Das ist nicht schlau. Ähm, das Problem ist aber auch tatsächlich, ich wollte mit Gelb gegen die zwei Lilanen. Das ist halt, weil ich meine stärksten Gelben jetzt gerade verballert hatte. Ich hab halt nicht so viele krasse gelbe Helden, die gelevelt sind. Ja. Und, ähm, deswegen, um halt ein bisschen Stärke in die gelben Steine zu bringen, bin ich halt dann mit den beiden gegangen. Ich dachte, hier, ähm, können wir dann runter reduzieren, ne, dass das nicht so viel Schaden macht. Und die Herrin klaut Mana und Rocket, wenn wir den ankriegen, der macht dann auch nochmal schön mit den Rumpen da ein bisschen Damage. Gut, da müssen wir nochmal neu machen. So, auf geht's. So, was sehen wir? Wir haben Rot, wir haben Gelb und hier war schon der erste Fehler, den ich gemacht habe. Ähm, war halt morgens. Ich würde jetzt rückwirkend betrachtet das gelbe Match so machen, damit das direkt in Rot geht. Es kann natürlich sein, dass ich, ähm, da ein bisschen vorsichtiger sein wollte. Alternativ kann man auch hier Rot und Gelb machen. Also, hier wäre ich wahrscheinlich ein bisschen offensiver rangegangen. Ähm, weil so habe ich jetzt nur noch ein rotes Match statt womöglich zwei rote Matches, die da vorher waren. Da kann ich mir einen roten Diamanten machen. Wahrscheinlich mache ich den auch. Ja. So, aber man sieht halt schon, Chang'e löst halt jetzt schon, schon aus. Auch unabhängig davon, dass wir halt, ähm, Bewegung haben und unsere Farben jetzt so hatten, aber sie löst halt aus. Und in dem Moment wusste ich zu dem Zeitpunkt, ja geil, Hachiko hast ja wieder super mitgenommen. So, und was passiert? Natürlich Combo und sie löst wieder aus. So, und dann ist es halt auch so, dass dann, wenn Shark kommt, der Erste halt schon down ist. So. Und zu dem Zeitpunkt bist du halt eigentlich schon am Arsch. Ja, weil, äh, die Dodgen jetzt wieder allem. Da habe ich dann geguckt, okay, Heilung, ja, hätte ich gekriegt, wenn nicht, äh, ein Mana-Slowdown drauf wäre, wo auch immer der dann jetzt in dem Moment wieder hergekommen ist. Was natürlich wieder mein ganzes Match dann auch wieder für den Arsch gemacht hat. Der Diamant und der Diamant, die helfen dann auch nicht so wirklich und dann bist du halt, ähm, tot. Und hast effektiv dann wunderschön ein Clean so richtig verkackt. Geht relativ zügig, ja. Und, ähm, naja, das hat mir natürlich schon wieder enorm viel Freude gemacht. Morgen. Easy. Ja, so, so kann es laufen. Unabhängig davon, ähm, aber jetzt so rückwirkend betrachtet, ja, Hachiko war nicht schlau, aber das war jetzt überhaupt nicht das Problem. Ja, also, ähm, er hat ausgelöst, weil jetzt hatten wir, jetzt hätten wir den Gegenschlag und jetzt kommt Xi, gut, die geht dann hier auf, äh, auf, äh, Rocket, ne. Ja, gut, sie hätte nur bei ihm das weggemacht, sondern dann kommt aber Aramis, ähm, da wäre nicht, nicht viel passiert. Der hätte zwar, ähm, Schaden gekriegt, aber er heilt sich ja auch gleichzeitig, ne. Und dadurch, dass dann hier, also er hätte uns die hier sowieso rausgenommen, hätte dann, womöglich hätte er das, äh, nicht überlebt, aber wahrscheinlich hätte er jetzt überlebt. Also, es war jetzt kein, es hätte jetzt keinen Effekt gehabt, ob Hachiko seinen Gegenschlag macht oder nicht. Es ist nicht so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Ja, ähm, und dann, ja, war, war, war halt schon wieder gelaufen für mich, der Krieg. Ja, genau. Und, ähm, dann haben wir uns den hier genommen, nochmal Chang'e, weil es so schön war, ähm, mit einem Alpha Ludwig. Wir haben hier, äh, Todesstiefel, Bonie-Entfernung, wir haben Marjana mit Stein als Bonie-Entfernung, wir haben, ähm, einen Clean dabei, einen relativ hohen Clean für die Minions von ihm, ähm, für den Attackdown von ihr, von dem Zeug, was sie macht. Ähm, natürlich auch Bonie-Entfernung für, also durch Steine für Schar. Wir haben den Irrwitzhammer, falls, äh, Ludwig da ist und wir keinen Dispeller am Start haben, gründe der Irrwitzhammer zweimal auf den Spott erfolgen. Also, so vom Prinzip her haben wir alles grob abgedeckt, was man, was man bräuchte. Ja, dann schauen wir mal, ob das immer so alles funktioniert, wie es funktionieren soll. Es sieht solide aus, ja, grüner Diamant, lila Diamant, ähm, ist schön, dass die Diamanten für die Einzelfarben da sind, aber wir brauchen ja Rot, ne. So den Diamanten machen wir natürlich nicht, ne, weil sowas, sowas wollen wir nicht unbedingt, äh, im Rush. Jetzt ist halt die Frage, was tun. Da ich halt so noch gar keinen Anhaltspunkt habe, wie es mit dem Board weitergeht, habe ich halt Todesstiefel die ganze Zeit aufgehoben, ne. Jetzt haben wir zumindest die sechs roten. So, und da haben wir Glück gehabt, ne, dass er jetzt nicht verfehlt und dass es auch nicht den Heiler trifft, das ist auch wichtig. So, Marjana, ja, Marjana hat sich ein bisschen verabschiedet mit dem Mana Slowdown. Glück gelaufen. So, den sind wir los, ja, und dann feuern wir auf Shang-E, weil Shang-E die einzige ist, die, äh, wo wir den Dodge weggekriegt haben, ne. Also wahrscheinlich feuere ich drauf, ja. Da haben wir noch Glück gehabt, dass der Kardinal da vorher drauf geht, bevor es dann dispelled wird. Da musste ich halt irgendwie spielen, weil ich brauche ja rote Steine, ne. So, anders geht's ja nicht. Und das war auch wieder schön, Dodge kommt da an und da wird durch Goblin, ähm, Blindheit verfehlt, was auch sehr gut war. Ja, das war natürlich dann wiederum nicht gut. Hätte ja auch auf irgendeinen anderen gehen können. Da gibt's ne Monster-Kaskade. Der Klassiker. Da hab ich mir gedacht, okay, wenn wir ihn nicht killen können, dann killen wir wenigstens sie schon mal. Da wird wieder gedodged von, von Vivica. Ja, also das war ein schönes, schönes Dodge-Fest wieder. Da hab ich mir gedacht, okay, holen wir uns erstmal unsere Toxikandra und hoffen, dass er auf ihr Witzhammer feuert. Oder auf Mariana, einen von den beiden. Sondern das hat erstmal so funktioniert. Dann konnten wir jetzt hier wieder ghosten. Ja, und dann ist halt die Frage, ne, die dodgen alle. Was machst du? Sechs Züge geht's? Beziehungsweise in dem Fall, wie lange war's jetzt? Ich weiß nicht. Oder vier Züge. Sechs Züge ist ja immer nur mit den anderen noch zusammen. Das ist, glaub ich, vier Züge. Im Prinzip her. Ja, aber so sah's dann jetzt aktuell gut aus. Im Endeffekt musste ich jetzt nur den Dodge aussitzen. Aber das mach ich gar nicht erst. Vorher einfach weiter. Der kann, der kann. So, leider hat er sich gekillt. Und dann ist es halt eigentlich, ähm, ja. Ein langer Krampf, aber hat dann am Ende gut funktioniert. Mega Minion und Toon for the win. So. Nächster Angriff. Gegen Bastet. Ähm, mit der neunköpfigen Bestie. Lazara, Louis, Ludwig und Pfefferflamme. Jo, wir haben einfach mal mit dem, mit dem, äh, blauen Team reingegangen. Und, ähm, ähm, ich hab halt auch wieder bei Udile nicht dran gedacht, äh, dass es ja keinen Sinn macht gegen Hippo, mit Hippo zusammen, ne? Ja. Radia ist ja, ist ja in Ordnung, aber Hippo und Udile zusammen macht halt nicht so viel Sinn. So, da ist natürlich viel Blau, ne? Viel Blau und viel Lila. So, und hier an der Stelle, ja, weil letztens hat mich ja jemand darauf hingewiesen, dass ich, ähm, ein Match hätte machen können. Und, ähm, weil, äh, um meine Helden zu laden und danach den Diamanten, ja. Das hab ich jetzt in dem Fall, weil das Match da zu dem Zeitpunkt nicht entschieden war, aber weil ich da, ähm, gesehen hab, dass das ziemlich gut aussehen wird. Und weil es auch Heldenliga war, was mich sowieso nicht so wirklich interessiert. Je nachdem, was das für ein Kampf war, war ich halt auch schon wieder genervt und hatte keine Lust oder so, ne? Ich hab da drauf geantwortet, wenn es drauf ankommt, dann achte ich da drauf. Und das ist halt dann wieder so, wenn man es einmal nicht macht, dann kommt dieser Kommentar, wenn man es vorher 20, 30, 40, 100 Mal anders gemacht hat, dann ist das so. Ne? Aber sobald man es einmal anders macht, äh, wird es dann halt, äh, bemängelt. Deswegen an der Stelle, hier ist es wichtig, unabhängig jetzt von Odilo und Hippo, ja, aber Stein, Steinspiel und, äh, Special, einmal gucken. Match wird gemacht, Helden sind am Start. Und den Diamanten heben wir uns dann halt auf. So, und jetzt, jetzt stand ich halt vor dem Problem. Da ist es mir jetzt aufgefallen. Odile, Hippo? Ja, geil. Machst du jetzt Hippo an mit dem Attackdown? Oder machst du Odile an, hast keinen Attackdown, kannst aber das Hippo nicht machen. Das war halt das Problem, wo ich mich jetzt, äh, das war jetzt mein Dilemma. So, und da wusste ich nicht, da habe ich jetzt erstmal geguckt, dass ich noch irgendwie noch einen weiteren Blauen kriege. Und dann lösen sie gleich alle aus. Der Attackdown würde sich jetzt wieder neu setzen, durch die, durch die Bestie. Aber weiß ich nicht, was ich jetzt gleich mache. Ich wollte gerade sagen, da ich Lila habe, könnte es eventuell sein. Ich wollte sie, glaube ich, erstmal prinzipiell schützen. Also das, das war halt, war halt nicht schlau, ne? Wollte sie primär vor dem Attackdown schützen. Vor dem, was da alles kommt. Und dann war Hippo tot. Das hat mir also nichts gebracht. War schön, dass ich das Hippo dabei hatte. Dass ich es mitnehmen durfte. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann ist jetzt alles egal. Dann auf sie mit Gebrüll und hat funktioniert. Ja, also Hippo und Udile sollte man nicht zusammenspielen. Der Rest war easy. Okay. Und dann, letzter Angriff. Ja. Da ich jetzt, dadurch, dass ich meine Teams umgestellt hatte, nichts Vernünftiges mehr hatte, wo ich mir einen One-Shot zugetraut hätte, habe ich dann, auch zeitlich bedingt tatsächlich, dann gesagt, okay, komm, ich gebe einen Backup, mach den clean. Ähm, grün hatte ich noch. Das hat also so ungefähr gepasst. Und, ähm, ja. Das waren dann halt alles nur noch volle Gegner und da war ich mir mit meinem Team so nicht wirklich sicher. Ja, und dann guck dir das an. Man kann sich ja schon denken, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das ein One-Shot ist, ist relativ hoch, weil wir halt Galapago dabei haben. Ja, der ist halt OP. Ja. So, das war jetzt nicht ganz so OP. Das wiederum schon. So. Jetzt stehen wir da, haben viel Platz zum Ghosten, haben aber gar keine Steine. Das ist natürlich nicht gut, ne? Also nutzen wir irgendwie den Mittelraum da, um blau, um lila oder sonst was zu kriegen. Im Optimalfall ist es ja so, dass man den Ludwig dann, äh, eine Runde nach Xi anmacht, ne? Und da haben wir halt jetzt hier den, den Vorteil tatsächlich, dass wir das auch machen können. Wir können mit Talassa dann so ein bisschen da, äh, gegenheilen. Sie macht ja auch Überheilung. Das habe ich, da habe ich es jetzt gezündet, weil ich habe halt die, die Spots dafür, ne? Wird natürlich gedodcht. Das ist natürlich super. Und da müssen wir gucken, dass wir irgendwie an unsere Steine kommen. Und da haben wir jetzt natürlich dann erstmal wieder ein, eine gute Situation für uns. Was natürlich auch interessant ist. Warte mal, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Warte mal. Ah, okay. Okay, es ist nur, dass sie die, äh, die, die Immunität gegen Boni ist weg. Okay. Weil das hat mich nämlich gerade gewundert. Hat sie dieser Immunität da widerstanden? Nee. Die ist vorher ausgelaufen. Okay. Gut. Alles klar. Ja, und dann, äh, feuern wir dann natürlich erstmal alles auf Xi, ne? Damit wir eine Seite halt wegkriegen, weil dieses Gift merkelt uns halt runter. Und, ähm, ja. Dann war es nur noch gegen Shah. Aber der dodgt natürlich auch allem. Ist wegen Talassa, ne? Nicht, weil, äh, die Immunität kann natürlich weggenommen werden. Das ist, das ist klar. Aber, ähm, wegen dem Overheal, ne? Dass, wenn wir, wenn wir sie feuern können, dass wir halt auch drüber gehen können. Ja, und das ist jetzt halt hier nur noch eben warten. Also, auch für den Clean war, äh, doch verhältnismäßig lange. Ja. Naja. So war es dann. Und dann sehen wir 207 Punkte. Für Rush gegen I'd Hit That, ja, okay. Ja. Ähm, hätte auch schlimmer kommen können. Sagen wir mal so. Und, ähm, am Ende, Endresultat ist natürlich auch immer interessant. haben wir verloren mit 5577 zu 6351, aber nicht so krass verloren, wie ich, ähm, gedacht habe, tatsächlich. Ja, also, es ist deutlich, ja, aber, ähm, ich hatte mit, ähm, über 1000, so, weil, weil wir halt wirklich nicht, wir sind schon, jetzt, mittlerweile, würde ich jetzt mal behaupten, ein bisschen besser geworden im Rush, aber wir haben halt auch immer noch in dem Krieg, glaube ich, 6, 7, 6 oder 7 Leute, oder 5 oder 6 Leute, die, ähm, unter 100 Punkte waren. Ja, das ist halt dann schwierig. Ähm, aber, da wir halt wussten, dass wir da von Anfang an gegen verlieren werden, ähm, ja, war das jetzt nicht so, nicht so überraschend und schmerzhaft und wie auch immer. Also, von daher, ja, Krieg gegen I'd Hit That Imrush, äh, verloren gegen die Top 10 Allianz und dann schauen wir mal, wie das, äh, diesen Krieg dann am Wochenende wird. Ähm, haben wir ja 17 Uhr den Livestream. Schauen wir mal, wie es wird und dann, ähm, ja, beten wir zu den, ähm, Göttern der Boards. Ne, ganz einfach. Gut, okay, dann würde ich sagen, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.